Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch auf Streets, an den PvP-Hotspots, einmal im Autohandel, mit der Mutant war ich unterwegs und ja, da rund um Karban einen schönen Fight und einmal im Post-Office-Building, auch einer der Hotspots, weil es da halt viel Loot gibt und so und in diesen Szenen habe ich ja bloß die Kills mit drauf gelassen, das Looten ist ein bisschen zu kurz gekommen, ich weiß, einige von euch wollen gerne den Loot sehen, aber das zieht sich dann immer so, bis ich das alles zeigen kann und so. Also, würde da nicht passen, deswegen heute einfach mal bloß das PvP-Hinterlander weggeschnitten, waren auf jeden Fall sehr gute Fights, schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich liveoftwitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Schauen wir, ob Karban da ist. Ich glaube, er ist nicht da. Nein, nee, Haus brauchen wir nicht. Kein Bitcoin. Kein Bitcoin. Perfodon. 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 Der Peak war ein bisschen spät. Okay. Naja, war ein guter Teammate. Der zögert es nicht raus, ne? Oh shit, ich hab ne Reload-Armo dabei, also es reicht aber, falsche Armo dabei. Okay. 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 Wo kam die Nade her? Und Dark-Laut. Hier rechts ist auch einer drin. Ich hab hier eingespottet. Ah, auf irgendwie ein Schießer. Aber nicht auf mich. Okay. Okay. Der kommt doch wenn dann gleich hierher. Ist ja kein Scheiß. Das Problem ist, von hier drüben kam auch einer. Da waren auch Shorts. Aber hier ist noch ein Scheff. Shit. Ja, woll. Der weiß nicht, woher ich geschossen hab. Niemals. Wenn der erste... So ist es. Wenn der erste Shot One-Shot ist, ich widme den Fight. Er ist auf jeden Fall im Container. Links, wo ich die ersten zwei erschossen hab, kommt auch einer. Könnte kaum passen sein, das stimmt wohl, ja. Die Sache ist, die kann man hier hinten noch drüber klettern. Oh ja, das geht noch. Muss ich hier raus, ne. Oh boy. Hier vorne kommt jetzt auch einer. Ah ne, es ist von dahinter, okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Der lebt noch, oder was? Shit, man. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh boy. Was ist hier los? Oh ja. Okay. Oh ja, guys. Oh ja. Oh ja, das ist ja. Was ist hier losgechause. Hier muss noch ein zweiter sein. Hier links in der Ecke möglicherweise. Hier ist noch ein zweiter irgendwo. Ich glaube, der, der gesprungen ist, den habe ich nicht geholt. Ich bin gerade alle servus. Doch, er ist tot, okay. Gut. Ah, ich mache mich hier verrückt. Ich dachte, der hätte noch gelebt. Wie heißt er? Hier, outie. Früher war alles besser. Safe, ja. Ich habe ihn. Gut, dass der bloß ein G-28 hatte. Das selbe Problem hatte ich vorhin auch. Ich habe gerade noch einen Sprint reingehauen. Der war nicht so gut. Ich habe den echt spät gehört, muss ich sagen. Vor allem W.O.W.? Ja. Der Edelschwabe, so wusste es, ja. So und nicht anders. Dieser kleine Sprint zwischenrein, ey, das ist immer, das ist immer voll tödlich. Na, wenn es so ist, Kamaron, dann gehe ich nochmal zurück. So war das halt damals. Ich habe halt verweigert. Fertig. Ich habe eigentlich immer Horde gespielt. Ich habe immer Horde gespielt. Ich habe auch schon. Okay. Der BFT-Clan ist heute vielleicht gar nicht so glücklich. Deswegen spielt man keine Korund, ey. Hätte er was anders als eine Korund gespielt, wäre ich tot gewesen. Ich, er. Weil jede andere Armor hätte viel länger gehalten als die Korund. Die Korund ist sofort durch. Und so hätte er noch ein, zwei Schüssel mehr auf mich rausgebracht und ich wäre tot gewesen, garantiert. Bitcoin? Bitcoin? Joink. Verdient, würde ich sagen. Was ist so glücklich? Hat wird sicher, wenn ich tritt meine Vorparno-Freiin habe, dass es sie nicht auf mich reinfragen soll, aber glaube ich, dass es für Sie in der Rotheilmüge war, dass er die Vorparno-Freiin waren. Wenn ihr es so gut geliebt hat, dann wäre ich nicht so gut, Lauf, 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 lauf. Da steht er da mit seiner Pistole auf dem Spielplatz. Schießt auf Scaves. Jetzt machen wir erstmal die Max voll. Granaten habe ich auf jeden Fall genug jetzt, so viel ist sicher. Was ist die beste Fünferrüstung? Die Killerrüstung. Die zweitbeste, die CPC-Rig. Beziehungsweise die HPC ist auch sehr, sehr gut. Dasselbe Material. Es gibt eine, auf dem Wiki, die Rüstungsseite. Da könnt ihr sowas einfach nachschauen. Da werden auch die Materialien mit einberechnet. Da wird einer geschossen. Oh, hier. Take care, Service. Wird das mehr sein? Das Gäffe hat irgendwas gespottet. Das war nicht drin hier. Die lief ganz gut. Ich wusste doch, ich habe da hinten was gehört. Bis zum nächsten Mal.